Im Rahmen von Umkehrfunktionen werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man die Umkehrbarkeit mit Hilfe der Monotonie nachweisen kann. In erster Reihe wäre es natürlich wichtig zu verstehen, welcher Zusammenhang zwischen Monotonie und Umkehrbarkeit existiert. Dafür schauen wir uns jetzt in einem Koordinatensystem eine sehr einfache Funktion. Und zwar, das wäre jetzt hier beispielsweise eine quadratische Funktion. Und sie hat als Definitionsbereich natürlich R, also für X dürfen wir alle möglichen Werte jetzt einsetzen. Und die Wertemenge oder Wertebereich erkennt man auch problemlos am Schaubild, es geht von 0 bis unendlich. Als nächstes werden wir für diese Funktion von links nach rechts die Monotoniebereiche ablesen. Also wir fangen auf der linken Seite an und ihr solltet erkennen, dass bis zum Koordinatenursprung, also auf diesem Bereich, die Funktion streng monoton fallend ist. Und ab diesem Koordinatenursprung, nach rechts gesehen, ist sie natürlich streng monoton steigend. Um die Umkehrfunktion von f im gleichen Koordinatensystem zu zeichnen, müsste man f an der ersten Winkelhalbierenden spiegeln. Zur Erinnerung, die erste Winkelhalbierende sieht so aus und hat immer die Gleichung y gleich x. Also, wenn wir jetzt die blaue Kurve an dieser ersten Winkelhalbierende spiegeln, wird dann die Umkehrfunktion theoretisch so aussehen. Allerdings, wenn ihr jetzt die grüne Kurve ein bisschen genauer anschaut, solltet ihr erkennen, dass es sich hier gar nicht um eine Funktion handelt. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn wir zum Beispiel hier einen x-Wert irgendwo wählen, dann ordnet dieser Kurve diesem x-Wert eigentlich zwei y-Werte. Und das widerspricht natürlich der Definition einer Funktion. Bei einer Funktion wird jedem x-Wert genau ein y-Wert zugeordnet. Also ist das hier gar nicht die Umkehrfunktion oder anders gesagt, f besitzt gar keine Umkehrfunktion und ist daher nicht umkehrbar. Der Grund dafür, wie wir gleich sehen werden, ist die Tatsache, dass f auf diesem Definitionsbereich d gleich r zwei verschiedene Monotoniebereiche besitzt. Allerdings, wenn wir jetzt zum Beispiel von f nur einen bestimmten Bereich betrachten, sagen wir die rechte Seite, wo die Funktion f streng monoton steigend wäre, dann hätten wir für diese Funktion einen Definitionsbereich von 0 bis unendlich und der Wertebereich bliebe natürlich gleich. Und wenn wir jetzt diese Funktion an der ersten Winkelhalbierende spingeln wollen, also das wäre jetzt wieder die erste Winkelhalbierende und so sieht dann die gespiegelte Funktion, dann ist die grüne Kurve tatsächlich eine Funktion, also jedem x-Wert wird jetzt genau ein y-Wert zugeordnet. Und deshalb können wir mit gutem Gewissen sagen, dass die Funktion f umkehrbar ist. Die Schlussfolgerung dieser gerade angeschauten Zusammenhänge wäre dann, wenn eine Funktion f von x auf ihrem Definitionsbereich df streng monoton ist, dann ist sie umkehrbar. Ihre Umkehrfunktion heißt dann f quer von x oder f hoch minus 1 von x. Zwei kurze Bemerkungen habe ich noch an dieser Stelle. In erster Reihe, auf den Nachweis dieser Aussage werde ich jetzt mit Absicht verzichten. Wenn jemand Interesse hat, kann ich es gerne noch unter dem Video schreiben. Und zweitens, der Kehrsatz gilt hier an dieser Stelle nicht. Das bedeutet, ihr könnt nicht behaupten, dass wenn eine Funktion umkehrbar ist, dass sie auch automatisch streng monoton ist. Und bevor wir gleich mit den Beispielaufgaben loslegen, würde ich gerne noch eine Grundlage mit euch wiederholen. Und zwar das sogenannte Monotonie-Kriterium. Also wir reden ja die ganze Zeit von Monotonie, deshalb ist es nicht verkehrt, wenn wir uns ein bisschen an diesen Kriterium erinnern. Der besagt folgendes. Wenn die Ableitung einer Funktion positiv ist, dann ist die Funktion streng monoton wachsend oder steigend. Und wenn die Ableitung einer Funktion negativ ist, dann ist die Funktion streng monoton fallend. Und das hier ist sozusagen die Einstiegsaufgabe. Die anderen zwei Beispielaufgaben, die noch folgen, sind deutlich anspruchsvoller. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung, zeige, dass die Funktion f auf der f umkehrbar ist. f von x ist gegeben mit x auf 3 plus x und der Definitionsbereich lautet r. Anhand des Monotonie-Kriteriums haben wir bereits gesehen, dass wir die erste Ableitung brauchen. Deshalb werde ich das natürlich auch als erstes machen. Also ich bilde die erste Ableitung für diese Funktion. Und das ist hier ganz einfach. Wir haben dann einfach 3x² plus 1. Jetzt, anhand von den Schaubildern, die wir bereits gesehen haben, könntet ihr erkennen, dass die Extrempunkte auf jeden Fall die Grenzen der Monotonie-Bereiche sind. Allerdings sind das nicht die einzigen Punkte, die in Frage kommen. Zum Beispiel ein Sattelpunkt kann auch eine Grenze für einen Monotonie-Bereich sein. Und alle diese Punkte haben was gemeinsam. Sie haben die Steigung 0. Deshalb könnten wir überprüfen, ob diese Funktion solche Punkte besitzt. Also Punkte mit der Steigung 0. Deshalb nehmen wir jetzt die erste Ableitung. 3x² plus 1 und setzen sie erstmal 0. Also wir formen nach x um. Entsprechend bringen wir zuerst die 1 rüber mit minus 1. Dann haben wir 3x² ist gleich minus 1. Dann teilen wir noch durch 3. Und am Ende steht dann x² ist gleich minus 1 Drittel. Aber aus minus 1 Drittel können wir nicht die Wurzel ziehen, weil es eine negative Zahl ist. Das heißt übersetzt, diese Funktion besitzt gar keine Punkte mit der Steigung 0. Also sie hat durchgehend nur einen Monotonie-Bereich. Und ausnahmsweise kann man anhand dieser sehr leichten Ableitung, die ich hier nochmal einblende, sogar sofort erkennen, um was für eine Art von Monotonie sich hier handelt. Also wir haben hier diese 3x², egal ob wir für x positive oder negative Werte einsetzen. Wegen der hoch 2 wird immer alles positiv. Dazu wird noch eine 1 dazu addiert, also die Ableitung wird stets positiv sein. Deshalb können wir schlussfolgend sagen, für x Element von R, also Element unserer Definitionsmenge, ist f streng monoton wachsend und damit umkehrbar. Die zweite Beispielaufgabe, wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt, sieht deutlich interessanter aus. Die Aufgabenstellung ist gleich geblieben, allerdings Funktion und Definitionsbereich haben sich geändert. Wir legen natürlich mit der Ableitung los. Um diese Funktion abzuleiten, braucht man die sogenannte Produktregel. Zur Erinnerung, das war ja u' mal v plus u mal v', wobei diese erste Klammer hier beispielsweise unser u sein kann und die e-Funktion hinten das v ist. Also, dann haben wir f' von x ist gleich. Wenn ich die Klammer ableite, bleibt nur noch 2x übrig, dann die e-Funktion wird wieder unverändert abgeschrieben. Plus, dann übernehme ich die Klammer unverändert, x² plus 3 Sechzehntel. Und dann wird die e-Funktion abgeleitet. Zuerst die äußere, also einfach nur die e-Funktion abschreiben und dann die innere Ableitung. Minus 2x abgeleitet sind minus 2. Dann sollte ja klar erkennbar sein, dass man anhand dieser Ableitung nichts darüber entscheiden kann, ob die positiv oder negativ oder wie auch immer das sein sollte. Deswegen müssen wir sie zusammenfassen. Und die beste Taktik an dieser Stelle wäre, diese Exponentialfunktion hier aus beiden Termen links und rechts auszuklammern. Dann haben wir e hoch minus 2x, Klammer auf. Auf der linken Seite bleiben dann nur noch 2x übrig und auf der rechten Seite haben wir die Klammer und die minus 2. Die minus 2 werde ich jetzt nach vorne ziehen und dann die Klammer abschreiben. Sieht dann entsprechend so aus. Und wir sind leider noch nicht fertig, weil wir können hier innen drinnen nochmal diesen Term vereinfachen. Das heißt, die minus 2 kann man einmal mit der x auf 2 multiplizieren und einmal mit diesem Bruch hinten. Dadurch sieht das Ganze ein bisschen kompakter aus. Entsprechend haben wir dann 2x minus 2x² und minus 2 mal 3 Sechzehntel werden dann minus 6 Sechzehntel. Das kann man noch durch 2 kürzen. Entsprechend haben wir dann minus 3 Achtel. So, und das ist unsere erste Ableitung. Jetzt, genauso wie bei der ersten Beispielaufgabe, müssen wir untersuchen, ob die Funktion Punkte besitzt, wo die Steigung 0 ist. Also kurz gesagt, müssen wir die erste Ableitung gleich 0 setzen. Um ein bisschen Zeit und Platz zu sparen, mache ich das hier an dieser Stelle. Also, wir haben hier ein Produkt, das weiterhin was 0 ergibt. Deshalb können wir diesen sogenannten Satz vom 0 Produkt anwenden. Das heißt, einmal die linke Seite 0 setzen. Also e hoch minus 2x ist gleich 0. Allerdings bringt dieser Ansatz gar nichts, weil eine E-Funktion sowieso nicht 0 sein kann. Und deshalb bleibt nur noch die rechte Seite übrig. Das ist eine quadratische Gleichung. Ich fange an mit der höchsten Potenz. Die wäre minus 2x². Dann plus 2x und minus 3 Achtel. Und diese Gleichung können wir natürlich mit Hilfe der ABC- oder Mittenachsformel auflösen. Allerdings, bevor ich die Formel jetzt anwende, werde ich diese Gleichung noch ein bisschen vereinfacher. Es ist deutlich günstiger für die Formel, wenn keine Brüche hier vorkommen. Deshalb multipliziere ich an dieser Stelle die ganze Gleichung mit 8. Somit verschwindet dieser Bruch hier hinten. Vorne hätten wir dann minus 16x². Dann kommt plus 16x. Und am Ende bleibt dann nur noch die minus 3 übrig. Ist gleich 0. Jetzt setze ich in die Formel ein. Also entsprechend habe ich dann minus b, also minus 16. Plus minus Wurzel aus 16². Minus 4 mal minus 16. Und nochmal minus 3. Und das Ganze dann durch 2 mal minus 16. Wir können anfangen, indem wir diesen Term unter der Wurzel vereinfachen. 16² sind 256. Und 4 mal 16 mal 3 werden dann 192, beziehungsweise minus 192. Also unter der Wurzel bleibt dann nur noch 64 übrig. Und Wurzel aus 64 sind natürlich 8. Das Ganze durch minus 32. Daher haben wir hier an dieser Stelle zwei Lösungen. x1 wäre dann minus 16 minus 8. Das sind minus 24 durch minus 32 sind dann entsprechend 3 Viertel. Und x2 sind dann minus 16 plus 8, sind dann minus 8 durch minus 32 sind natürlich ein Viertel. Und jetzt müssen wir nur noch eine Schlussfolgerung ziehen, bezogen auf das, was wir herausgefunden haben. Also wir haben herausgefunden, dass hier zwei Stellen sind, wo die Steigung 0 ist. Also das sind die Grenzen von Monotoniebereichen. Und diese zwei Stellen sind natürlich identisch mit unserem Definitionsbereich von oben. Von daher haben wir die Bestätigung, dass die Funktion in diesem Definitionsbereich nur eine Monotonieart besitzt. Ob es jetzt steigend oder fallend ist, müssen wir nicht mehr untersuchen. Ihr könnt das gerne untersuchen, indem ihr einfach einen Wert in diesem Bereich, zum Beispiel die 0,5, in die erste Ableitung einsetzt und schaut, ob sie positiv oder negativ. Musst ihr aber nicht unbedingt machen. Und zwar, ihr könnt jetzt gleich die Schlussfolgerung ziehen. Die könnte, so wie abgebildet lauten, für x Element zwischen 1 Viertel und 3 Viertel ist f streng monoton und damit umkehrbar. Eine kleine Bemerkung bezogen auf die Schreibweise des Definitionsbereichs habe ich allerdings noch an dieser Stelle. Vielleicht ist den einen oder anderen schon aufgefallen, dass die Grenzen, also die Stellen, wo die Steigung 0 ist, mit reingenommen werden in diesen strengen Monotoniebereich. Und das widerspricht so ein bisschen die normale Denkweise. Allerdings, ich will euch kurz an eine Eigenschaft der strengen Monotonie erinnern, und zwar rechts oben. Die strengen Monotonie ist auch erfüllt, wenn für x, für ein x Element aus der Definitionsmenge, das am Rand der Definitionsmenge liegt, entweder f' von x gleich 0 gilt oder f' von x nicht definiert ist. Dieser Satz ist der Grund, wieso man das machen darf. Und hier ist die letzte Beispielaufgabe. Hier hat sich die Aufgabenstellung ein bisschen verändert. Die lautet, gib an, auf welchen Intervallen f umkehrbar ist. Und unsere Funktion ist eine Wurzelfunktion. Bevor wir uns aber über die Umkehrbarkeit Sorgen machen müssen, müssen wir uns erstmal über den Definitionsbereich Sorgen machen. Wenn wir den nicht kennen, dann können wir auch nicht entsprechend die Intervalle bestimmen, wo die Funktion umkehrbar ist. Deswegen legen wir auch los mit dem Definitionsbereich. Wir haben eine Wurzelfunktion. Die einzige Voraussetzung, dass diese Funktion existiert, ist die Tatsache, dass der Term unter der Wurzel größer gleich 0 sein muss. Und das heißt für uns, wir nehmen das, was unter der Wurzel steht, also 25 minus 4x², und das hier muss größer gleich 0 sein. An dieser Stelle haben wir einfach mal eine Ungleichung, die wir lösen müssen. Das mache ich, indem ich zuerst beispielsweise die 25 rüberbringe. Natürlich hätte ich auch die minus 4x² rüberbringen können, das ist egal. Und dann haben wir minus 4x² ist größer gleich minus 25. Dann teilen wir durch minus 4. Auf der linken Seite bleibt nur noch x² übrig. Und ein bisschen aufpassen an dieser Stelle, wenn man eine Ungleichung durch eine negative Zahl multipliziert oder teilt, dreht sich das Ungleichzeichen um. Deshalb steht hier jetzt, x² ist kleiner gleich, 25 Viertel. Und jetzt können wir die Wurzel ziehen. Also, x1, die positive Lösung, wäre dann, x ist kleiner gleich, Wurzel aus 25 sind 5 und Wurzel aus 4 sind 2, also 5 halbe. Und die negative Lösung, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Sobald die negative Lösung kommt, dreht sich erneut dieser Ungleichzeichen um. Also, wäre dann hier statt kleiner gleich, größer gleich, minus 5 halbe. Also, wir können jetzt eine Schlussfolgerung ziehen. x soll einmal kleiner gleich als 5 halbe sein und größer gleich als minus 5 halbe. Deshalb können wir schlussfolgern, dass x Element von minus 5 halbe bis plus 5 halbe sein muss. Und das ist jetzt sozusagen unsere Definitionsmenge. Als nächstes müssen wir natürlich überprüfen, ob wir in diesem Definitionsbereich Stellen mit der Steigung 0 haben. Das bedeutet, wir bilden natürlich die erste Ableitung. Und bevor wir damit anfangen, empfiehlt sich die Funktion ein bisschen umzuschreiben. Und zwar die Wurzel natürlich als Hochzahl. Es wäre dann entsprechend 25 minus 4 x² und das Ganze hoch 1 halb. Und jetzt können wir diese Funktion ganz einfach mit der Kettenregel ableiten. Ich fange mit der äußeren Funktion an, also die Klammer mit der hoch 1 halb. 1 halb geht nach vorne. Dann schreiben wir die innere Funktion einfach ab. Und die neue Hochzahl, wenn wir 1 abziehen, ist dann natürlich minus 1 halb. Und am Ende kommt noch mal die innere Ableitung. 25 fällt beim Ableitung weg. Und minus 4 x² abgeleitet sind minus 8 x. Jetzt können wir diese Ableitung auch noch ein bisschen zusammenfassen. In erster Reihe sollte euch auffallen, dass sich die 2 und die minus 8 kürzen. Da bleibt hier nur noch minus 4 x übrig. Und das Ganze können wir auch ein bisschen schöner darstellen. Das heißt, oben im Zähler bleiben die minus 4 x übrig. Und die Klammer mit der negativen Hochzahl oder Exponenten kann man auch unter dem Bruchstrich bringen. Dann wird der Exponent wieder positiv. Und das ist wieder unser Wurzel. Das wäre dann unter dem Bruchstrich Wurzel aus 25 minus 4 x². Das ist hier unsere erste Ableitung. Und die müssen wir natürlich wieder 0 setzen. Aus Schnelligkeitsgründen mache ich das hier an dieser Stelle. Also 0 ist gleich dieser erste Ableitung. Und im Normalfall sollte unsere erste Sorge sein, diesen Nenner zu eliminieren. Also wir multiplizieren mit dieser Wurzel. So, dass sie theoretisch auf der linken Seite geht. Allerdings, da haben wir eine 0 stehen. Deshalb 0 mal irgendwas ergibt immer 0. Kurz gesagt, 0 ist minus 4 x. Dann können wir gerne noch durch minus 4 teilen. Und dann haben wir für x natürlich 0. Wenn wir jetzt diese Lösung x gleich 0 gedanklich in unser Definitionsbereich betrachten, heißt das für uns, mittendrin haben wir einen Punkt mit der Steigung 0. Deshalb wird es nicht nur ein strenger Monotoniebereich geben, sondern zwei strenger Monotoniebereiche. Kurz gesagt, wir können dann das Ganze so formulieren. f ist umkehrbar. Einmal auf dem Intervall minus 5 halbe bis 0. Und dann noch auf dem Intervall 0 bis 5 halbe. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Zusammenhang mit diesem Thema ist natürlich wichtig, dass ihr in der Lage seid, eine Umkehrfunktion zu bilden. Entsprechend auch Definitions- und Wertebereiche in Zusammenhang mit Umkehrfunktionen zu bestimmen. Dann Umkehrfunktionen zu zeichnen. Und natürlich Umkehrfunktionen abzuleiten. Und vor allem die LNX-Funktion. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und dann um die LNX-Funktionen zu beenden.